Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jemand da? Alles nur ein Traum. Alles nur ein Traum. Die sollten uns doch retten! Gab wohl eine Planänderung. Feuer einstellen! Kommt von der Brücke! Mich hat's erwischt! Halt rein! Halt rein! Was ist denn? Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Nicht vergessen, Kleiner. Alle Zombie-Hurensöhne killen. Feuer frei! Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt zu verretten. Ich kann's nicht so weit kommen. Oh! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Hallo, Ladies and Gentlemen! Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Hier auf meinem Kanal. Und... Wir spielen heute... Left 4 Dead! So, äh, machen wir mal ein schnelles Spiel. Hm, alles aber? Lade! Lade nach! Warte, ich verartete dich. Okay. Lade! Achtung, Schleif! Los, Wehr durch den Klo, Mann! Ich nehm das Gewehr. Lade nach! 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 Also... Okay, das war ein interessantes Game. Ich bin einfach mitten rein gejoint. Ähm... Ja, ich hab grad nicht viel gesprochen, weil ich mir erstmal alles um das Spiel versuche anzusehen. Und, ähm... Ja... Wie ihr seht, das Spiel geht... Es geht darum, dass man Zombie-Herden überwinden muss. Und an einen bestimmten Ort kommen muss. So, äh... Wie hebe ich? Ich weiß noch immer, dass ich die Sachen aufhebe. Achso, doch, mit E. Aber man kann nur eine Sache zur Zeit aufheben. Aber richtig ziehen kann man damit nicht. Nein. Glaub ich. Okay, äh... ich... Muss mal eben... Tastatur-Maus. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt ziehen kann. Sollte eigentlich möglich sein. Finde ich. Oh, ich kann... Oh, Scheiße, Vorsicht. eine Tür, ich kann auch mehr bündeln, freut mich nicht. Nein! Nein! So. Kann ich hier hoch? Dann geb ich mal hier oben ein Mensch mit der Schuhe. Aber dann müssten wir nach hier oben. Ist ja hier rausgekommen. Hey, wartet mal. Ich muss heilen. Oh, das tut gut. Out. Auf geht's. 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 Oh Mann, ziel verdammt noch mal woanders hin. Lade nach. Ist hier irgendwo ne neue Waffe? Dankeschön. Dankeschön. Nein! Es gibt das Nein! Und die Basta! Woh! 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 Forts tot Not enough! Not enough! Not enough! Das hätte ich nicht von dir erwartet. Läuft alles nicht so nach Plan. Gibt es hier einen Chat? Was meint ihr dazu? Okay, wir müssen weiter. Achso. Ah! Ah! Ich verreck doch nicht in einer scheiß Zuckerfabrik. Lade! Spitter! Jetzt kommt, bleib! Sie haben mich mal richtig platt gemacht. Ich hab Verbandszeug, falls ihr was braucht. Ich mach dich mal wieder klar. Aufpassen! Das hab ich gebraucht. Ich hab diesen Glibberscheiß abgekriegt! Weiter! Richtung Schild! Hey, was soll denn das? Hey, das ist echt nicht mehr witzig! Weiter! Richtung Schild! Gelächter! Aufpassen! Ich bin ein Dimmer! Halt! Weiter gehen! Auf das Schild zu! Weiter! Mach dir keinen Kopf für mich! Oh, Scheiße! Scheiße! Ich brauche Hilfe! Danke. Das ist echt richtig große Scheiße. So, ich hoffe, die erklären mir, wie ich zielen kann in dem Game. Ich will das Katana. So, ne Pump. Wir haben unser Land, wir kommen zurück zum Boot. Dann heal ich mich mal. Puh, das habe ich gebraucht. Ja, Katana. Noch ein Heal. Und was auch immer das ist. Option. Tastatur und Maus. Was ist denn hier schlimm? Geht noch viel schlimmer. Los, nenn weg hier. Was ist denn denn dann? Was ist denn denn hier schlimm? Was ist denn hier schlimm? Wie erinnere ich denn hier was? Was ist Maus 3? Ah! Ja! 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 Ich habe es geschafft! Wir müssen zurück durchs Feld. Da ist ein Charger. Da steht bei seinem Name. Fass ihn. Okay. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Lade! Fahren wir im Aufzug hoch? Ja, nein! Weiter geht's! Schaut euch das mal an! Schaut euch das mal an! Machen wir jetzt ein Zeltlager auf oder geht's weiter? so ja ich hab ich hab ja noch mit geht scheiße muss mich verarsten okay das sollte es tun kann ich irgendwie klettern aber ich bin zufrieden mit dem katana ja 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 Da sitzt du auf mir drauf! Da sitzt irgendwas auf mir drauf! Ah ok, ich werde gleich wieder verbluten. Das muss klappen! Mal sehen! Spoiler ist man hier! Nicht genug! Nicht genug! Ja! Ja! Nicht genug! Ja! Ja! Super! Irgendwie erinnert mich an Captain The Crawl. Ja! 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 Aber alles sieht sich verpixelt aus, wenn ich da nicht gerade mit der Tastenname drauf Das ist nur irgendwie nervig Ich schmeiß' nen Molotov Lade nach Humagalle, hier Lade nach Achtung Oh Mann, pass doch auf Verdammt Und weiter Hallo da Der Sturm kommt Vorweg Waffen, hier drüben Lade Oh hell no Oh scheiße Ich brauche Hilfe Lade nach Das war ne Witch Hast du ja nicht ausgeschlafen Was machst du denn? Lade nach Danke Kommt Garnier, ich brauchste wie so nicht, wird schon nicht erschossen Oh ja Okay, weiter geht's Was soll das denn da braucht? Rein hier Los, rein mit euch Leben kriegen die uns nicht Oh, war ich schlecht diese Runde So, was hab ich hier für ne Waffen auswahl So, was hab ich hier für ne Waffen auswahl Ich nehm mal wieder ne Sniper Den kann ich auch zielen Wir sind gleich beim Boot 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 Das wir heute der Bürger Tank Schild Wird im Virgin sicher sehen Es wurde sich ein Ja, lieber ein Lieber ein, lieber ein Heel Hier, haut euch rum Jetzt rein Auf dem societat ... Auf demoine Mostly Der schervé ist Auf dem話 Auf dema denn Not enough! Losi! Wo bist du denn da raufgekommen? Oh mein Gott, wenn ich jetzt mehr... Was für ein Schuss! Wie kommst du da rauf? Ja, wir sind von hierher gekommen, tatsächlich! Wie kommst du da rauf? 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 Das war's für heute. Wir müssen zum Rettungsboot. Ja, das war's mit mir. Ich bin tot. Ich bin zu weak. Ich bin getroffen! Ich könnte die Speer sogar brauchen! Das Ding quatscht mich! Der Tank ist tot. Nur noch sie lebt. Ja, das sieht nicht gut für uns aus. Ich bin tot. Von vorne an! Was hab ich denn hier für Waffen? Das wieder gegen Sniper? Ich nehme doch lieber wieder die Sniper. Ich bin tot. 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 Mann. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ach komm! Come on, it's down here! Ah! Hey, come on, come on! Come on! Yeah! Okay, check, come on! Okay, check, come on! We'll take high end! Yeah, let's... Okay, weiter geht's! Wollt! 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 Sie schmeißen alle auf! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, diesmal haben wir es geklafft. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Thank you, God. Victory! Ich bin der Coach. Den Coach mag ich sowieso mega gerne. Der hat mir auch im Anfangsvideo ziemlich gut gefallen. So, aber ich beende jetzt das Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten. Tschüss.